Hallo meine Freunde, hier ist euer Fitness Pro am Start. Heute zum Thema Diät, nämlich die neue Maßnahme, die ich ergriffen habe. Ich werde nämlich auf 800 Kilokalorien pro Tag versuchen runterzugehen. Letzte Woche habe ich mit Low Carb gestartet, das ziehe ich jetzt auch durch. Zusätzlich muss ich jetzt aber noch eine zweite Maßnahme ergreifen. Ich muss nämlich mit den Kalorienzahlen runter. Da der Effekt der Diät immer weiter nachlässt. Also mein Körper hat sich ein bisschen daran gewöhnt, an diese Kalorienzahlen. Da muss es ein bisschen drastischer werden. Gestern habe ich es bereits einmal versucht mit 800 Kilokalorien. Es ist gegangen, aber man merkt schon, der Körper muss arbeiten. Ich spüre, er hat schon Hunger. Aber es ist so knapp an der Grenze. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich kann nichts versprechen. Ich möchte schauen, wie sich das auswirkt auf meine Psyche. Auf allem, also kann ich den Tag durch meine Leistung bringen. Gestern ist es gegangen. Oder auch gestern hatte ich auch noch Kohlenhydratverserven. Mal schauen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ciao zusammen. Ich halte euch auf dem Laufenden.